Norddeutscher Rundfunk 2021 Gute Kopfballchance, aber wenn die Abwehr so dran ist, wenn sie so zumacht, dann kommt da nix bei rum. Ganz klar, das haben sie gut verteidigt. Ich glaube, aus der Distanz wird das dann doch eher nix. Gute Aktion vom Torhüter. Aus der Distanz zieht er da ab. Gute Aktion, Gute Aktion, Gute Aktion! Hat jetzt Anspielstation... Sebastian Aitzerland! Da war sie, die Chance zu Führung, aber vergeben. Abwehrversuch scheitern, es geht weiter. Vielleicht die Führung jetzt. Nicht drin. Weiter unentschieden. Ob sie so eine Chance nochmal bekommen, das ist zu bezweifeln. Jetzt können sie den Ball reinbringen. Und jetzt haben sie hier Pech bei diesem Versuch. Ach, der war wirklich knapp und das bei dem Spielstand. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.